Ein Volkswagen Golf ist hier zum Verkauf angeboten. Der silberne Kombi hat 5 Türen und bietet 5 Sitzplätze. Der Kilometerstand des Autos liegt bei unter 70.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Mitte 2011. Der Kombi bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Isofix, Kindersitzbefestigung, Partikelfilter, Dachrailing, Bluetooth und vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Diesel eine Leistung von 105 PS an ein Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,5 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017